Wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Alle sind online, alle sind vernetzt. Ich kann mein ganzes Leben mit anderen teilen. Mit nur einem Klick. Wir verabreden uns über das Internet. Wir lernen unsere Partner online kennen. Alle meine Freunde sind bei Facebook. YouTube kann dich zum Star machen. Im Internet ist niemand alleine. Über das Internet erfahren wir am schnellsten, was in der Welt passiert. Twitter kann Diktatoren zu Fall bringen. Die digitale Revolution wird die Welt verändern. Deshalb hier ein persönlicher Aufruf. Sehr verehrte Damen und Herren von der Telekom, 1&1, Vodafone und wie sie alle heißen. Wenn ihr nicht endlich in die Gänge kommt und mir meinen Internetanschluss freischaltet, dann kriege ich einen Affen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Dann wohne ich halt am Arsch der Welt in der Eifel. Da kann man doch wohl trotzdem so eine faschissene Leitung hinlegen. Ich würde gerne mal eine gefäpperte Mail an die Konzernvorstände schicken. Aber das kann ich ja nicht! Mann! Ich will auch endlich Internet! Ich gehöre zur digitalen Elite, ihr Flachpfeifen! Ja! Ja!